Bis jetzt ist grün. Bis jetzt ist grün. Die kriegen jetzt gerade erstmal alle Werbung, warum wir immer. Es ist durchgehend grün. Durchgehend grün. Ich laufe im Kreis. Warte, soll ich dich wieder abziehen oder was? Du meinst, ich dich. Ja komm, mach. Ja, warte doch erstmal. Siehst du nicht, dass das... Da sind halt Hälfte weniger FPS, das ist aber grün dafür und leckt mich. Und Dark Leader, Dankeschön für den Prime Sub im 15. Monat. Und Mr. Trucks mit S, Dankeschön für den Prime im 17. Kann ich? Nee, noch nicht. Moment. Das musste ich hier erstmal alles fangen. Ist... Alles grün! Okay, jetzt ist es gelb. Grün. Gelb. Grün. Grün. 71 ausgelassene Frames bisher. Nee, Shinorio, das Ding ist ja, dass ich vorher gar keine Dings hatte, ne? Also gar keinen Upload mehr. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Upload, nur was für 30 FPS reicht. Und Ballabong, Dankeschön für den Prime im 10. Hukuloo. Okay, die Wette kam noch nicht, Mila. Mhm. Bye, have a beautiful time. Und Linux Games, Dankeschön für den WeStar beim 9. Kölnester Binge wieder und wieder einen Monat länger. Vielen lieben Dank. Ihr wunderschönen Menschen. Es geht. Nein, es geht. Wir können zocken. Wir können bis heute Abend zocken. Oh, ich hab's ein Punkt. Go, go, go. Okay, wir können. Okay. Almost there. Ich meine noch später zocken. Die Runde zählt, weil wir da haben das Spiel schon gespielt. Mhm. Ist die Quali jetzt so viel schlechter als vorher? Du hast 100 Punkte. Ja. Willst jetzt sehen, wie ich dich abziehe? Ja, mach. Los. Ja. Willst jetzt sehen, wie ich dich abziehe? Wieso kannst du denn das so bewegen? Wieso kannst du das denn so bewegen? Willst du sehen, wie ich dich abziehe? Bamm! Wer ist der König? Wieso kannst du das denn so bewegen und ich nicht? Wer ist der König, Mr. Nase? Wer? Sag mir! Wer? Wer ist der König? Wer? Ich kann das nicht so bewegen. Küss mich. Küss mich. Ja, tipp mir auf die Schulter. Wer ist der King? Ich bin der King. Komm, du hast verloren. Ey, das ist so unfair. Du kannst auch mit der Maus. Nein, ich kann nicht. Dann mach mal E oder so. Das E mit E werfe ich. Du kannst auf jeden Fall halt irgendwie steuern. Komm, mach nochmal. Versuch. Das ist unfair. Du bist unfair. Deine scheiß Nase ist unfair. Du Wichser. Ich muss da mit dem Gewackel klarkommen, weißt du? Und du... Fäck dich. Hier ist das Logbuch. Oh! Minispiel! Mila! Komm! Nö, du Schöne! Komm! Oh, wir brauchen ne Wette! Warte! Ah! Achso! Oh, warte, warte, warte! Okay, mach einen Punkt und dann kriegst du einen Punkt. Okay? Und dann machen wir das Spiel. Hä, aber... Achso! Lass nochmal neu machen. Ja, ja. Okay, okay. Ich glaub, die Punkte bleiben, ne? Nee. Wer ist der Meister des Darts? Du nicht, du bist ein Schumner. Ja, gar nicht. Hauch mich mal an. Okay, wir können, glaub ich. Kennen wir? Ich glaub, wir können. Jetzt kriegst du ne Klatsche. Ich kann nicht. Das geht so tickenweise, weißt du? Mila, du musst Leertaste drücken. Ich versteh das nicht. Leertaste. Bullshit. Ey, ich kann nicht so smooth lenken. Guck mal, ich drück einmal B, es geht so... Nein, du musst... Ich weiss vor. Leertaste dritten zu springen. Ja. Gulasso! Okay, wir... Nee, warte, warte, stopp. Wir machen das nicht, weil die... Bei mir kommt das, glaub ich... Ja, du spielst aber... Wir spielen über Remote. Das heißt, bei dir ist das immer ein bisschen verzögert. Machen wir nicht. Wir warten bis zum nächsten Leben. Benzinzufrohr unterbrechen. Stimmt, ich hab auch unten rechts so'n gelbes WLAN-Symbol oder so'n... Keine Ahnung, Verbindungs-Symbol. Was machst du da? Arbeite ein bisschen. Aber du musst das... Ach, das kannst du machen. Jetzt sei nicht sauer auf mich! Ach, hangertor. Ich brauche deine Hilfe hier. Ich brauche deine Hilfe! Ich brauche deine Hilfe! Ja. Ich hätte deine Hilfe gebraucht. Ach, du schaffst das auch zu. Wie können wir uns nicht erst mal umschauen, bevor wir arbeiten? Ich hab eh schon alles fertig. Hände waschen. Hände waschen. Hände. Und putz deine Nase. Ich kontrollier das. Ja, wir kommen. Haben wir unsere Knarren mitgenommen? Du bist aber auf Entdeckungsreifen, ne? Ja. Jetzt geht's ab, jetzt gehen wir den jagenden Typen. Viva la Mexico! Viva la Mexico! Was spielen wir eigentlich da noch? Ähm, boah, hm, ich weiß nicht. Mega cool, wenn es so ein Spiel wie L.A. Noire, äh, so für Koop gibt. Es gibt so ein Rätes Spiel wie Portal 2, ne? Portal 2. Ja, da musst du immer so Rätsel lösen die ganze Zeit. Es ist, glaube ich, ohne Story oder nur mit wenig Story, aber Rätsel ganz viele. Okay. Ich habe ja, ich bin 62, keine Zeit für die Besiege. Ich würde gerne durchsuchen, aber... Ich würde gerne durchsuchen, aber... Okay. Du solltest ihr eine Art. Was? Schau, ich möchte nicht interferieren. Aber ich hatte eine ähnliche Situation mit Linda. Ich habe mir entschieden, dass ich sie eine Art. Und es funktioniert. Ich habe es alles ausgedacht. Und sie hat mir eine zweite Chance. So fixate, das ist das Spiel. Ich sage, ich sage, dass schreiben eine Art wirklich hilft. Ich sage, ich sage... Natürlich, es ist auf dich. Ich sage, ich sage, dass es für mich war, aber es hat nicht... Du solltest, ich sage, ich sage, es war eine gute Sache. Das ist alles. Du fühlst mich? Ja, aber ich bin nicht wirklich der Schreiben-Type. Ja, ja, ja. Ich meine, es war nur eine Idee. Es war nur... Anyway, congrats auf das Baby. Ich bin wirklich... Dankeschön. Ich habe ein Baby, Milo. Ja. Ja, Glückwunsch. Danke. Weißt du, ich habe auch einen Sohn. Der Giffy. Mein herzliches Beileid. Hallo, Flavendia. Das Baby heißt Aschenbecher. Ich dachte, die Kassette. Das ist das Mädchen. Das ist das Mädchen. Let's go! Komm, wir springen zusammen, wir halten ein Händchen. Oh mein Gott. Ich komm! Das Ding ist so, von hier finde ich das noch nicht mal schlimm. Aber so, je näher wir dann dem Erdboden kommen, ab da ist es so richtig schlimm. Voll geil. Hast du Höhenangst? Ich habe übel zu Höhenangst. Ich kann nicht mal auf eine Leiter steigen. So ein Step und ich raste aus. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bitte, bitte. Ich habe dich. Oh geil. Ich habe dich alles gut. Boah, ab jetzt ist es eh. Hecht? Ja. Genießt doch mal den Ausblick. Kann so nach oben gucken. Das kann ich. Ich glaube, oh, guck ist alles gut. Schnuckler, Sub sind schon lange nicht mehr werbefrei. Ich schalte selber keine. Das switcht selber. Schon bestimmt ein Herr, so. Ich lande da. Keine Sorge, ich bin Profi. Würdest du das im echten Leben auch machen? Nie im Leben. Nicht? Also ich habe schon öfter mal drüber nachgedacht, sowas wie Bungee Jumping zu machen. Aber das Ding ist, ich muss das dann einfach nur so sehen und ich sage direkt, nee, nope. Gehst du auf Achterbahn? Auch nicht. Ich war mal auf so einer Kinderachterbahn. Was ist die Marienkämpfung? Nein, das war schon so, wo auch unten die Beine so raushängt. Und es ging nur so ein bisschen runter und ich habe die Hand von meinem Papa fast zerdrückt und ich habe mein Leben, ich habe meinen Opa wieder gesehen. Mein Leben zog an mir vorbei. Für so eine Millisekunde. Ich dachte wirklich, dass mein Ente ist. Ich bin da so fahrend. Komm, wir haben unsere Waffe, jetzt komm mal rum. Knattern. Hey, hey, hey. Oh, Gebacke. Hast du auch Flugangst? Ich bin noch nie geflogen. Ich schon, aber ich glaube, da war ich klein. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich war noch nie in Urlaub. Außer einmal nur zu Herber. Die ist hier um die Ecke. Hey, hey, hey. Get in den Kopf. Tinkerpäckchen für den ganzen Chat, der Hau sie verdurstelt. Wir knallen jetzt ab, okay? Ja. Hoffentlich habe ich so Aim-Hilfe mit Kontrollen. Oh Gott, ich sehe nur Pixeln, ne? Echt jetzt? Ja. Ey, gleich macht das. Ey, das ist so ekelhaft mit Patrollen, ne? Ender dead. Kann nur so lang sein Ziel. Das ist so ekelhaft, Alter. Ey, du musst sogar den Recall... Wie oft soll ich denn jetzt loswerfen? Seinen Kopf nicht. Ich kann seinen Kopf nicht sehen. Ich push. Ich push von rechts. Ah, der ist tot, hat ein Brett bekommen. Ich denke, das ist alle. Hey, Lucia. Können wir looten? Nee. Lucia. Oh, du kannst bei dem Spiel nicht mal nachschießen. Get over here and help me, will ya? Get over here and help me, will ya? Ja, ich komme doch schon. Get over here and help me, will ya? Oh, keine Frames mehr. Bisschen schlechter Quali, aber alles läuft schon hier. Oh mein Gott, den... M16 Snipergewehr. 36 Abschüsse im Krieg. Was ist denn der? Das Red ist... Kennst du die Story? Ach, jetzt will ich die irgendwann mal. Was ist denn der? Ich weiß nicht, bei mir ist Pixel, ich will mich machen. Oh. Oh, kein Stein. Oh Gott, ich bleib lieber unten. Ja. Oh. Ah, ich weiß, wo der ist. Ich komme nicht holen, Bruder. Du musst den ablecken. Schieß ein bisschen auf den. Ja, genau da ist der. Pass auf, lass dich nicht treffen. Boah. Ich wallbang den. Ich muss 3 feiern, okay? Falls er gepusht kommt. Entschuldigung. Hab ihn. Boah, gib mir bitte die Sniper. Ja. Geil. Boah, ich erkenne nur ganz schlecht, ne? Boah, ich kann so ganz so. Boah, ich kann so. Vincent, cover me! Oh. Oh. Was muss ich hier eigentlich tun? Weiß ich nicht. Oh! Oh! Wo ist der geflogen? Der ist da vor dir. Ich kann den nicht wallbangen. Hm? Versuchst du, du aimst. Bleib weg! Dings, ich seh... Fuck! Oh! 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 Das ist ein Klapp, ne? Was ist da hin? Komm, Leo. Hilf mir diese Tür. Das ist schön, guck mal. Fick dich mal! Für mich ist das nicht schön. Nein? Nein. Aber Internet geht, also geht, danke, Schüler. Ich hab die ganze Zeit so ein gelbes Verbindungssymbol. Sorry, morgen wird besser. Okay, wen machen wir zuerst? Dauerfeuer, Abenteuer. Dauerfeuer, Abenteuer. Das ist ein wenig zuerst. Das ist ein wenig zuerst. ist fett ekelhaft zu treffen fett ekelhaft zu treffen auch das mit einem arsch gerettet hat er nämlich gewollt Oh, 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 oh. Jetzt kack Vodafone ab bei den Leuten. Ich glaube wir müssen nicht hier hoch, oder? Ah, hier. Vodafone. Warte mal, darf ich einmal kurz übernehmen bei dir? Ja Das ist super easy Das ist so einfach, ne, mit Dings Waffe wechseln Ich nehme jetzt das Dings Ich weiß nicht mehr, wie das heißt Ich auch Ich puste jetzt von rechts Okay, wir müssen nach oben Glaub ich Oh, der Edel geht mir so auf den Sack, ne? Der startet die ganze Zeit 5M Komm mal nicht mehr da hoch Nicht Oh, kann ich überhaupt von rechts pushen So auf Nähe gehen? Oder ist das auch verzögert, wie... Ich habe das Gefühl, das auch verzögert Ein bisschen bei mir Weiß ich nicht Schloss aufbrechen, unten Wo kommt das jetzt erst? Kann ich dir nicht sagen, Milo Solo Solo Oh, nicht gut Okay Okay, da kann ich jetzt nicht wirklich pushen Ei, ei, ei Hä? Ihr bist ein Blut-8 so Die waren auf mich fokussiert, ne? Mhm Ich bin echt auf das Ding hier Ich kann ja nicht viel hier mitmachen Soll ich dich übernehmen, kurz? Aber ich habe nur Schatten halt Ja Hast du einen Controller? Ähm, irgendwo schon Aber ich kann halt Was auch, schießt du auf die Nein, komm zurück Ich komm zurück Schießt du auf die Tür? Ich abgefeu Oh, wo? Ich bin echt Wir haben zu finden, ein pathway Weißt du nie in den Ferんでrudder Oh, wo Untertitelung des ZDF, 2020 Schießt da drauf! Sehr gut. Okay. Die Raffin ist halt nicht in das Spongebob-Meme hier. Du Kasper-Clown, du. Kasper-Clown, hallo. Äh, ich. Entschuldigung, okay. Step-Bro, I'm stuck. Dunk-Kopf-Shades. Dunk-Kopf-Shades. Oh, hier hat der Party gemacht. Oh ja. Oh mein Gott. Jetzt machen wir Party. Ja, wir machen Party mit unseren Schwänzen. Ja, was? Oh, ich kann Kopfschiff verteilen. Oh, ich kann Kopfschiff verteilen. Da oben ist einer. Ey. Zack. Ich bin so ein Boomer, ne, Alter. Ne, man hat kein Auto-Aim. Vielleicht musst du ne... Wo ist der? Aua. Ich seh nix. Boah, der ein Brett bekommen, Alter. Ich mach ohne, ist zwar schwieriger, aber egal. Bist du bereit, Leo? Bist du bereit? Let's go. Bam. Oh, Skarfex. Oh, der ist... Der ist doch mal ein Rücklensch. Mein Gott. Äh, Alter. Leo,bald! Du bist doch ganz auf. Oh-已. Pff. Äh, Alter! Oh Es ist schwer zu aimen Alter Oh nein Ich bin am Arsch Hab einen 댶 Hey Leute Ja Was der Fisk Jetzt haben wir dich, du dreckige Drecksau. Wir haben dich. Oh, der verkloppt uns beide. Das ist super stark. Ist der das? Ich glaube. Hä, dann ist das ja schon Ende. Ja, wie? Nein. Nee, das ist der doch gar nicht, oder? Doch, das ist der. Ist der nicht? Hä, jetzt sag ich, das ist schon Ende. Nichts nicht gut. Den kommt bestanden. Hier geht's. Ich mach das schon. Machst du das? Oder willst du? Ich will es gerne tun. Ich weiß nicht, ob ich den umzubringen kann. Du hast genug Leute umgebracht. Nee, wir machen deine. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Hier kommt der Börger-Emboss. Jetzt haben wir ihn zu. Du glaubst, dass du wärst dir so naselos, hä? Der springt ins Meer und entkommt. Der haut ab, weil du zu langsam bist. Nein! Der nimmt dir die Knau und knallt dich ab. Der hat ne Knarre da! Cooler Bauchner, Peter. Sitze, du bist ein Lutscher, Mila. Lutscher! Ach komm! Was willst du denn? Du musst dich überlegen. Äh, warte, wir müssen. Ah, geht zum, geht zum, geht zum Schwert. Was fällt aus deinem Kopf dann? Lass die Mila in Ruhe! Bam! In den Hals geschossen, Drecksau! Richtig so! Los, gib ihm! Gib ihm! Bam! 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 Der Stream ist ab 18 übrigens. Bam! Bam! Und das ist nur ein Videospiel. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Bye! Have a beautiful time! Wir haben ein kleines Problem. Euer Chef ist tot, der kann euch nicht mehr zahlen. Wir zahlen euch der Doppelte. Aha. Wir zahlen euch der Dreifache. Ich fahr! Oh Gott, wir müssen beide fahren. Ich seh noch nichts. Ich seh noch nichts. Wie soll ich denn fahren? Lass mal los! Du bist doch am Arsch, Mila. Ich bin richtig am Arsch. Oh mein Gott. Wir schaffen das schon. Hand in Hand. Wie auf dem Klo. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, das ist so festig. Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, okay, okay, okay. Äh, ich bremste mich. Muss ich den lenken? Ja, klar musst du lenken. Okay, okay. Ich wollte so, oh Gott. Okay, er ist nicht. Was machst du da? Ich will es doch auch nicht. Ich bringe den Wasser, das geht nix. Konzentration. Komm schon, Mila. Ich streng nicht an. Ja, ich hab doch nicht irgendwas dreh. Ich schwör, mein Gott, ich dreh nix. Ich fahr. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Oh, ich lebe. Ich lebe. Ah, du musst weg von denen. Ja, wirklich. Okay, ich bin tot. Rechts, rechts, rechts. Rechts oben. Rechts rechts oben. Hä? Ja. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich hole uns die Checkpoint. Okay, okay, okay. Ich bin weg. Oh mein Gott. Watch out, they're running up. Ey. Oh mein Gott, ich hab den nicht gesehen, weil ich so scheiße pixelig bin. Ich schau den Checkpoint für uns, keine Ahnung. Ich schau den Checkpoint für uns, keine Ahnung. Jetzt erst mal, du schläfst Kokain, du auch. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Käfer? Oh, ich bin tot, ich bin tot. Oh shit. Oh oh. Boah, guck uns an. Oh mein Gott. Halbe Zirkuskrone. Oh mein Gott. Schnellig. Unter der Brücke durch. Kann man da hoch? Ja. Oh mein Gott, ich bin ins Wasser. Ja, ist nicht schlimm. Wasser ist gut. Ach so, okay. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Ey, was soll ich machen? Ich seh halt wirklich nichts. Ich kann dir einen Screenshot machen. Ich hab dir einen Screenshot gemacht von dem, was ich sehe. Ja, ist nicht schlimm. Wirklich. Ich kann absolut nichts sehen. Ich fahr oben lang. Oh mein Gott. Ey, das geht nicht. Mila. Yes. Ich versuch's ja. Ich versuch's ja. Aber die Schieße ziehen auf dem Boot und dann sich nur noch fixen. Graurie. Ich versuch's ja. Aber die Schieße ziehen auf dem Boot und dann sich nur noch fixen. Graurie. Ich versuch's mich sehen. For real. Okay, ich sag dir. Links, links, links. Okay, warte. Geradeaus links, links, links. Was? Oh mein Gott. Rade aus! Links, links! Rechts, rade aus, rade aus, rade aus! Rechts, 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 ein bisschen rechts! Rechts, links, links, links! Oh mein Gott! Links! Rade aus! Oh mein Gott, ich bin tot! Links, links, oh mein Gott! Rade aus, einfach ein bisschen rechts halten, ein bisschen rechts nur! Bisschen links, links, links! Links! Ja? Ich weiß es nicht! Die kann ich im Street filmen. Okay, okay, wir sind ein bisschen weiter. Jetzt folg mir, versiehst du mich? Ja, ich seh dich! Okay, ich bin... Jetzt nicht mehr! Oh mein Gott, ich bin tot! Geh lang, geh lang, geh lang! Rechts, rechts, rechts! Links! Oh mein Gott! Unter so einer... Oh mein Gott! Tunnel! Rechts, bisschen! Rechts, rechts, rechts! Links, links, links! Oh mein Gott, ich seh nix! Über den Hügel! Ja! Geradeaus, links, dann oben! Oh Gott, ich hab dich verloren! Ich hab dich verloren! Wo bist du? Ich bleib stehen, ich bleib stehen! Ich bleib stehen! Oh mein Gott, wo bin ich? Och, shit! Long! Oh mein Gott! Du fährst Wege, die sind gar nicht der kunstige P-Org! Oh, shit! Die sind gar nicht der kunstige B-Org! Oh, shit! Die sind gar nicht der kunstige B-Org! Dass ist gar nicht der kunstige B-Org! Oh, shit! Ich glaub ich habe den nächsten Checkpoint los! Weine Hände sind so am schwitzen, ne? Äh, hallo? Oh! 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 Ich kann nicht! Das ist wieder so ein Ding! Geht nicht! ich glaube ich habe keine ahnung ich habe ich renne oh nein jetzt sagen ich du musst schießen du musst schießen sonst würde ich sagen ich treffe halt nichts ich treffe nichts ja ich kann manchmal weg von steinen nicht unterscheiden oder ist irgendetwas müssen wir dahin ich habe keine ahnung was ist das da hinten ist da ein auto weiß ich auch den habe ich flugzeug ne es flugzeug ich glaube wir müssen da drauf oder fahr mich dann an die flüte werden jetzt links geradeaus verlassen guck oben bei mir kommen bei mir ja das auch bitte ich bin drüben frau rein bei kommen immer nach dass der letzte jetzt Oh mein Gott, ich bin am Schwitzen, der hat er. Guck bei mir oben, ich bin so am Schwitzen. Ich hab in meinem Leben noch nie so reingeschwitzt wie gerade. Du hast es geschafft. Oh, ich schick dir später einen Screenshot. Das war die Hölle. Die Hölle. Das ist eine große Idee. Hey, Emily. Hast du ein Pen und Papier? Warte, jetzt? Warum nicht? Es ist ein langer Weg nach Hause. Hast du nichts besser zu tun? Nicht wirklich. Hallo Chris, guten Abend und hallo an alle, die gerade eingeschaltet haben. Oh, ich bin am Schwitzen, leck mich den Arsch. Liebe Linda, ich weiß, du bist nicht meine Frau. Aber ich hab gesehen, Fehlerpack. Dein Sohn so viel dumm wie ich. Ich vermisse dich. Bitte, antworte mir. Auf meiner Frau zu schreiben. Nö, du pennst. Wie geht's dir? Wir sollten in 10 Minuten landen landen. Okay. Was ist Leo auf zu? Sleeping. About time to wake him up, dann. Ja. Are you okay, Vincent? Ja. You sure? Ja, ich bin gut. Ah, das ist gut. Leo, was? Ja. Wir sind ja? Ja. Ende? Nee. Ende? Ende? Tinkgepäckchen für alle, Chad. Ist nicht Ende, oder? Hoffentlich nicht. Ach du Scheiße. Oh je. Wir sind auf Arsch. Ende? Nee, oder? Da haben die Kopper wieder Metas gemacht. Haben wieder streamen geguckt, bis genau das wirklich ankommt. Die Nase. So, ich hab die geschickt. Die hat uns verraten. Wo? Discord. Ja, kann ich jetzt aber nicht auf Desktop gehen. Die sollten uns freilassen dafür, dass wir den Typen getötet haben. Wir haben so voll den Kriminellen getötet. Und sind unschuldig. Okay, wir haben auf dem Weg dann ganz viele Leute geworfen. Oh, der lässt uns gehen, wenn wir den Diamanten überlassen. Doch nicht. Hä? Hä? Ich bin Verräter? Ich bin Verräter? Oh! Ich bin Verräter. I'm sorry, Leo. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Ich bin Verräter. Aber ich will dich nicht verraten. Du bist... Ich bin Undercover-Polizist. Du hast auch Leute umgebracht. Ich mochte deine Nase eh nie. Ich will kein Verräter sein. Ein Dreißiger. Verräter. 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 Halt die Klappe. Guck, ich beobachte dich. Da passt der Charakter voll gut zu mir, weil ich immer verwarte. Was ist mit der Katze, Alter? Ich bin Undercover-Polizist. Und dafür hast du die Geburt deiner Tochter verpasst. Das ist eh nicht meine Tochter. Finde ist meine. Ich bin die Polizei. Ich bin Koper. Du sahst echt scheiße aus. Du sahst echt scheiße aus. Ja, ja. Ich bin sicher, dass du bist. Ich meine, der Bart jetzt ist auch nicht besser, aber... Halt die Klappe. Du gehst in ein Kittchen. Aber ich habe gesehen, dass du den nicht umgebracht hast, sondern der andere Typ, und wahrscheinlich habe ich dich nur dafür benutzt, den hinzurichten, weil du den rausfinden kannst, wo der ist. Du hast mich benutzt. Also wirst du freikommen. Benutzt. Nein. Du wirst freikommen. Ich weiß doch, dass du kein Verbrecher bist. Ich habe jetzt nur meine Frau. Deswegen bist du jetzt voll drin in dieser Sache. Sagst du, oh sorry, Leo. Und hältst meine Waffe am Kopf. Siehste, wir wissen... Wir wissen... Das ist Gary! Das ist Gary! Das ist Gary! Sein Bruder! Somebody get a damn Ambulance! Gary! Stay with me! Das ist sein Bruder! I'm sorry, please! Somebody call an Ambulance! Now! Da ist ein Kopfschuss. Da ist nichts mehr zu machen. Aber was will der machen bei dem Kopfschuss, Alter? Bisschen... Bisschen Kochsalzlösung und Pflaster, oder was? Ich bin trotzdem auf deiner Seite, okay? Wo ist Harvey? Wo ist der schwarze Orlov? Was, bist du? Diem? Aber nicht so ein Kopfschuss kannst du nicht überlegen. Du denkst, du bist lustig, oder? Was, denkst du, du gehst und es auf einer Straße verholt? Was, bist du dumm? Bist du so dumm? Du bist mein besterster Freund. Es wird alles auf dich verholt. Du verstehst? Du musst dich sprechen. Du musst dich sprechen. Du verstehst? Er wird nicht sagen ein Wort. Ja. Ich weiß. Es gibt nur eine Option. Ich werde jemanden auf dem. James. Wenn du willst Harvey und der Black Orlov, das ist der einzige Weg. Ich werde mich in eine Selle neben dem. Nein. Du bist zu nah an das, Vincent. Du solltest diesen weg sein. Garry war mein Bruder. Mein Blasch und Blut. Und er ist tot, wegen mir. Bobby! Ich setze ihn in diese Situation. Ich muss das tun. Und du kennst es. Mach es einfach passieren, James. Leo! Nein! Du warst doch die ganze Zeit mit dabei! Hey! 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 Wir können drüber reden, okay? Wir können drüber reden! Bitte! Können wir drüber reden? Ja! Ja! Ich hab dir vorhin gesagt, du! Wir können drüber reden, okay? Guck mal! Da vorne ist die Polizei! Da vorne ist ein Polizeiauto! Ganz ruhig, Leo! Guck mal, da vorne! Es sind sogar ein paar Smarties in so einem Handtuffer! Ehrlich! Geht mir aus dem Weg, ihr Pixel! Wir sind die besten Freunde, Mann! Geht mir aus dem Weg! Wir haben uns Pusse geteilt im Eros! Wir sind Hallo! Oh nein, ich muss fahren! Natürlich fahr ich! Okay! Oh nein! Fahr du lieber! Wir können drüber reden, okay? Wir können über gar nichts mehr reden! Komm schon! Komm schon! Are you serious? Look, I know you're angry! Angry? You haven't seen me angry yet! You backstabbing pig! Please! Just calm down! Shut up! Just shut the fuck up! Das is nonsense! This is insane! I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! Oh! Oh! It took me night! I'm really sorry for everything! It took me night! Please stop the car! Stop! It took me night! It took me night! This is over! I'm sorry! Wenn, dann stellen wir sie! So weit! Bl 간corn ein Fellowship aus der City zuелиstone eingepackt! Und dann vernen sie gleich! Da ist sie! Nein! Nein Coole animation Warte auf mich komm mit scheiß auf meine freunde kindes Oh Gott komm schon Warte auf mich Ach komm schon Ach ich hab gesagt Warte Warte auf keinen Verbrechen Mann ich seh doch mal was Ich krieg den Dreck Na am Arsch Ha dein Schiff hat Haltbarkeit Du bist am Arsch Ich bin richtig am Arsch Du wolltest mich nicht mitnehmen Jetzt werd ich dich abknallen Ich werd dich abknallen Du bist so ein Verräter Wie kannst du das tun? Ich werd mich um deine Frau kümmern wenn du im Knast bist Ha 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 Linda gehört mir und der kleine Büffi Ich werd mich gut um deinem Söhn kümmern Der kommt auf ein katholisches Internat Ha 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 Und ich leb mit Linda zusammen im Trailerpark Und auf jedes Bild auf das du drauf bist mit deiner zicken Nase werd ich drüber mal mit dem Edding Shit Shit Spring ins Wasser und verkluck dich Bleib stehen Meine Frau wird dich niemals lieben Der Hund Ihr liebt aber mein Geld Ich bin reich Weil ich bin Polizeibeamter Ich kann Paychecks farben Jeden Tag Oh mein Gott wir müssen gleich gegeneinander kämpfen Und Giffy wird dich auch nicht akzeptieren Na und er akzeptiert dich auch nicht ich schlag ihn Bis der mich akzeptiert Ich hab seinen Schild repariert Na und? Ich hab seinen Ball weggeschmissen Auf die Straße Ja Wir müssen Arsch So 2 gegen 1 So unfair ich seh doch nicht Ergib dich doch einfach ich komm dich im Knast besuchen Komm schon Ab die Frau Ab die Frau Ab die Frau Ich hab die Schüssel gehört ich weiß wo du bist Du hast deine Weste geklebt man mit Gaffertape Guck mal Du bist ein Kackenhub alter Deine Nase ist eine Kacke I will talk to the captains We will reduce your sense My sense You a dead man you piece of shit What about your son Alex Gloria Shut the fuck up Genau Mach ich, Daniel. Ich wallbang dich. Boah. Ey, das wird nix. Oh, das wird doch nix. Lass uns da einfach vertragen. Das wird doch nix. Kann ich nicht sehen. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich kann dich halt nicht sehen. Das ist kacke. Keine Ausreden hier. Ja. Komm her, du sauer. Mila, wir können drüber reden, okay? Du bist angeschossen, du bist verwundet. Du siehst nix, weil dein Auge schlecht ist. Lass uns drüber reden. Okay? Komm, ich hab eh die Moves. Willst du nicht... Oh mein Gott. Lass uns drüber reden. Komm. Ich hab dich fünfmal gefragt, ob du drüber reden willst. Und jetzt mach ich dich fertig. Jetzt zieh ich dich durch den Kakao. Wir hätten drüber reden können. Du wirst als Verräter enden. Ich hab nur meinen Job getan. Ich hab nur meinen Job getan. Ich hab nur meinen Job getan. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Baby! Sollen wir drüber reden? Ehrlich jetzt? Wir waren die besten Freunde. Oh mein Gott! Mila, ich will dich nicht umbringen. Mila! Du bist nicht mein Freund! Lass uns drüber reden! Mila? Oh mein Gott! Du bist ein Verräter. Nein! Ein Verräter. Ich mach nur meinen Job. Ein Verräter. Nein! Verräter! Verräter! Nein! Los doch! Los! Lass uns reden! Lass uns reden! Lass uns bitte reden! Bitte! Bitte lass uns reden! Ich hab keine... Ich hab Kinder! Ich hab Kinder! Das ist meine Tochter! Du hast es ja nicht hinbekommen! Stimm licht dir eine ganz andere Nase! Oh mein Gott, die Story ist so gut! Das ist so traurig! Händchen halten! Ich will nicht! Sag, dass es meine Tochter ist! Pick dich! Sag, dass es meine Tochter ist! Pick dich! Sag, dass es meine Tochter ist! Pick dich! Sag, es ist meine Tochter! Los! Sag, dass es meine Tochter ist! Sag, dass es meine Tochter ist! Du bist ein Verräter! Ich bin kein Verräter. Ein Verräter. Nein, bin ich nicht. Ich habe nur meinen Job getan. Das musst du verstehen. Meine Frau. Meine Frau. Giffy. Das ist für Giffy. Dein Sohn ist nur... Gulasso! Du hättest wohl selber gebaut, du hattest recht. Wow. Komm, ich lasse dich gehen. Wenn ich kann, lasse ich dich gehen. Ich lasse dich gehen. Scheiß auf meinen Job. Scheiß auf mein hässliches Kind und meine Frau, die mich nicht liebt. Oh, du hast eine Knarre. Ach ja. Scheiß auf alles und dann siehst du die Knarre. Nein. Oh, du bist näher drin, oh fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Arschenbächer. Arschenbächer. Oh mein Gott. Ach nö, komm schon. Ich würde mich gut um dein Kind kümmern. Ich will nicht. Muss ich? Haha, vom Leben. Fick dich mit, das ist mein Job. Oh mein Gott, das ist so traurig. Nein. Ah. 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 Jetzt gar nicht mehr so pixelig. Oh, die ist glaube ich so gut. Die ist so traurig. Das hat niemals gemacht. Oh. Gib mir deine Hand. Du bist mein bestes Erfolg. Los. Gib mir deine Hand, Leo. Du bist ein Verräter. Aschenbächer. Aschenbächer wird Giffi versprochen, wenn so groß ist. Ich werde mich um deine Familie kümmern. Wer sagt mir, dass du... Wer sagt mir, dass du... Wer sagt mir, dass meine Strafe nicht noch länger ist, hä? Du bist gerade am sterben. Du wirst nicht mehr ins Gefängnis gehen. Du stirbst. Spürst du nicht, wie die Seele deine Nase verlässt? Dann fick deine Hand. Das war gemein. Gib mir deine Hand. Sag den anderen, du willst hier sein. Sag den anderen, du willst nur noch mit mir sein. Wir sind die besten Freunde für immer. Wir bleiben die besten Freunde für immer. Ich weiß noch, wie wir uns eine Zahnbürste im Knast geteilt haben. Oder als wir zusammen duschen waren. Oder als ich dich das erste Mal nackt gesehen habe. Direkt an deinem ersten Tag. Lauf zur Rede, du bist tot. Zerstörst die Immersion. Ich werde jetzt vom Dach springen. Wer hat deine Frau als Geist fliegt? Lieber Leo. Ich schreibe hier heute auf den Zettel, dass ich heute eine Familie besuchen werde. Und wenn dein Sohn frech zu mir ist, werde ich ihm eine klatschen. Ich wollte nur, dass du es mitbekommst. In Liebe. Mein Zeit. Hi. Hi. Can I come in? Sure. Oh, oh. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Where's Leo? Where's Leo? Uh, Alex? Why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. Oh, my God. It's about Leo. What about him? What about him? Look. Look. Barretta. Canning? Geh! 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 Mom? Mom! Eww. Fahre jetzt zu meiner Frau, die mich nicht liebt und die Tochter, die nicht von mir ist. Hey Carol. Just one moment. Und leeres Nase. Haha. Haha. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. I know you are. I have that number for the peace server. Goofy. 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 I know you are. Musik Wunderschönes Spiel Kann man irgendwie Die letzten Missionen spielen Damit wir das andere Ende auch noch sehen können Geht das? Kannst du nicht letzten Kontrollpunkt laden? Weiß ich nicht Lass gucken Wie geht das? Ich will das andere noch sehen Ich will auf jeden Fall das andere noch sehen Checkpoints können wir machen Auf jeden Fall will ich das Oh mein Gott Lokal Auf jeden Fall gucken wir uns das andere Ende noch an Bye Have a beautiful time Aber wie Nicht, dass er jetzt wieder von neu anfängt Scheiße Ich glaube wir müssen Was ist das? Hä? Hä? Ne, wir müssen zurück Warte Zurück und oben Kapitel wählen Gehen wir zum Home-Menü nochmal zurück Ich glaube auf lokal dann Und dann kann man oben irgendwas auswählen Mach mal lokal Irgendwo konnte man gerade oben was auswählen Wie weit it takes to Da, Kapitel wählen Äh, weiter Komplett bis zum Ende Weiter, 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 weiter Konfrontation glaube ich Oder machen wir noch einen zurück Machen wir einen zurück Noch einen Ne, kannst du einfach machen Mach mal Konfrontation Ja Gucken wir uns das andere Ende noch an Wir haben eh noch Zeit Aber das will ich unbedingt sehen Boah, das war schon krass Oh mein Gott Hat die ganze Zeit Gänsehaut gehabt Ja, aber Ja, stimmt Wir hätten eigentlich das letzte nehmen können Aber egal Knallen wir uns nochmal ab Und außerdem ist das nur die Boxerei Geil, genau Nö, der passt schon so Muss aber Konfront ein bisschen strecken hier, ne Hau rein, Seamaster Und Präsident Hango war dank für die Prime im achten Und der Böni, danke für die WeSub im zweitendwanzigsten Und Cyrus, danke schön für die WeSub im zweiten Dankeschön Danke Ich vermisse manchmal die Growth-Zeiten, ja Aber Ich hänge da nicht so hinterher Kommt immer neuere Sachen Bustet Frauenschläger bist du Du bist ein Verräter Sind nur dank für den Prime-Rachen Geht raus Go Leo Please stop this Ich habe mit dem Ende nicht gerechnet, ob ich ihn an einer kämpften Ich habe keine Wahl Ich kann nicht wirklich glauben Ich spreche mit dem Kapitän Ich werde mich überprüfen, wenn man sie überprüftet hat Ich sehe mich aber, du bist eine Schöne Wenn du nicht Alex Ich steh hier, ne? Ja. Für die, die gerade jetzt eingeschaltet haben, wir haben das, äh, Leos Ende schon gesehen. Wir gucken uns jetzt gerade an da ran und deshalb wird hier nicht heftig reingeschwitzt beim Shooten. Also nicht wundern. Bis hier noch euer Herz. Ich habe mir die Kopf macht. Nicht, ich habe die Kopf ein, aber nicht. Jetzt. Schnell, jetzt. Schnell, jetzt. Schnell, wir sind weg. Puhren ihn raus. Leo, nicht tun. Mach's! Auf die Glocke. An ihr Knees. Habele, fack'n'bleaah. Okay, umh' rein drüber. Okay? Ich werde jetzt einfach von rechts buschen. Okay. Open her! Archi! Du willst ihn nicht rechnen! Du willst ihn nicht rechnen! Sch! Ah! Oh. Oh, oh. Das war jetzt so scheiße. In der Sekunde, wo du abdrückst, kommt im Stream Gifte Zapf und Spoon und der Sound, oh my god, wow. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gib, my letter, to Carol. Den Scheiß werde ich tun, Verräter. Gib meinen Brief, meine Frau. Willst als Verräter sterben? Aber gib Brief, ich will wissen, was drin steht. Nicht rollen. Arsch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020